Wie die Sonne und ihre anderen Planeten entstand die Erde vor etwa 4,6 Milliarden Jahren aus der Verdichtung des Sonnennebels. Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Die Durchmesser beträgt über 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Sie ist Heimat aller bekannten Lebewesen. Die Weltbevölkerung wächst rasant. Lebten im Jahr 1950 noch rund 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde, sind es derzeit bereits über 7,26 Tausend Milliarden und täglich werden es mehr. Jede Sekunde werden durchschnittlich 2,7 Erdenbürger geboren. Das ist auf längere Dauer ziemlich viel. Deshalb haben sich einige kluge Köpfe zusammengesetzt und das Gewinnspiel namens Exit ins Leben gerufen. Der Gewinner in diesem Gewinnspiel kann sich als Astronaut ausbilden lassen, darf der Welt etwas zugute tun und darf nach einer Überlebensmöglichkeit suchen, siehe einem anderen Planeten. Und hier sehen sie unseren glücklichen Gewinn. Wir alle hoffen, dass sie ihre Aufgabe ernst nehmen werden und der Welt etwas zugute tun wollen. Die Weltbevölkerung Die Weltbevölkerung Die Weltbevölkerung Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020